Ich gehe Axe in den Dschungel. Soll ich das Lester picken oder was soll ich picken? Irgendwann zwischendurch. Okay. Du treib mal. Zuerst bannen wir alles. 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 Ich mein, wenn du willst, kannst du ihn auch supporten, dann spiel ich Axe, Patrick. Nee, ich muss Axe spielen. Warum musst du Axe spielen? Weil ich ShivasGard benutzen muss. Weil du behindert bist. Junge, 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 Junge. Der Insta-Log-Invoker, Alter. Der Insta-Log-Invoker. Die Russen lieben Invoker. Die Russen lieben Schwänze. Cancer-Lane Ja, wird's Doktor nennen. Cancer-Assassin. Cancer-Lane Oh, Cancer-Lane Da 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 Cancer-Lane Denk ich auch. Grates. Was? Aber wenn man auf den Lock-In-Button drückt und aber gar nicht zum Lock-In dran ist, macht es trotzdem das Pick-Man. Ja, ich weiß. Oh mein, ihr seid solche Versager. Ein Ursa. Ein Ursa. Erstmal den besten Skin kaufen. Den besten. Den allerbesten. 27 Euro. Du musst voten, dass X ein Arcana kriegt, dein ganzes Ding auch. Nee, will ich aber nicht für X. Ich will lieber ein Arcana für Windstruktur. Wie? Mit Instinct gekauft. Aber widerlich. Besser widerlich als widerlich. Sag ich auch immer. Wenn ich mit deiner Mutter zum Besten bin. Das traue ich dir sogar zu, dass du das sagst, Patrick. Oh mein, sag du zu mir. Ja, zu dir. Der selber irgendwie seit langem alles gebumst hat, was bei drei nicht um die Hecke war. Lass mich in Ruhe. Ein Mann hat auch Bedürfnisse. Mit all die Tüte über dem Kopf geht alles. Ich erinnere dich schon mal an die eine hier aus Linkenfeld. Die komische da. Boah! 231 Battle Level. Ja man, ihr seid so useless. Ihr seid so useless. Du kannst mir ja gerne ein paar Level kaufen. Kannst dir ja gerne selber ein paar Level kaufen. Kaff dir selber ein paar Level her. Du Faggot. Ich kann Geld dafür. Häh? Arme Schütten, Junge. Dann geh an den Bahnhof. Ein paar Schwänze sacken. Und dann hast du es. Oho, ist doubling der der Rank Gain or Loss. Willst du auch mal dubbeln? Oh nein, ich hab keins mehr. Was dubbeln? Was kostet das? Du kriegst, du hast einen Token. Eins pro Woche. Und irgendwann später, wenn du ganz hohes Level bist, zwei pro Woche. Hau mal her. Halt drauf! Ich weiß nur gar nicht, ob das überhaupt was bringt bei dir schon, weil du hast ja noch gar kein MMA. Ich hab keine Ahnung. Aber vielleicht. Aber ich stehe mal an, dass ich dann nicht das Ding so hin. Ja, das zählt dann einfach mal als zwei Loss beim Calibration. Nice. Battle um die Rune. Will sie gar nicht. Aber ich will sie. Aber ich will sie. Oh, meins. Halt die Fresse, Mann. Gleich wart ich hier auf dem Rune-Spot. Ich stun euch einfach beide und snacks mich weg. Halt useless und shitz. Ohne jetzt, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Krass. Warum sie die Rune jetzt genommen hat? Gutes Ding, oh Musch. Keine Ahnung, weil er mir letztes Mal die Rune weggesnackt hat, wo ich sie ohnehin kam. Ohne Leute. Das war, dass ich jetzt kein Geld habe für das scheiß Quell. Das war verspätete Gerechtigkeit. Hier ist klar, dass ich mit 47 Schaden farnen muss. Ja genau, das ist mir vollkommen klar, ja. Das ist einfach nur behindert und dumm. Ah, Leute. Chistelmaiden, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Hau mal auf die ab. Hau mal auf die ab. Ach, nice. Hau mal auf die ab. Chistelmaiden, wir haben zwei Kurier, ne? Was, wir haben zwei? Ich weiß nicht, aber da steht ein zweier im Kurier dran, auf irgendwelchen Gründen. Weil da Items drin sind von dir. Zwei. Echt, du? Das ist neu, ja. Cool, fancy. Oh, das Spiel ist deswegen gleich viel attraktiver und besser. Auf jeden Fall, ja. Buche, sohn. Also irgendwie, sie ist hier allein hier unten, ne? Ich meine, ich finde es nicht schlecht, aber. Ich finde es schon schlecht, können wir weniger killen. Naja, wir müssen einfach nur sie doppelt so oft killen. Ist die going? Junge. Ja, da kommt er. Totally worth it. Totally worth it. Pff. Komm mal. Ah ja, er hat's überlebt. Wir haben einen Kill gekriegt. Totally worth it. Entschuldigung. Wir haben einen Kill-E causation. Wir haben einen Kill-E Ich gebe dir noch einen Tipp, Patrick. Wenn du deine Region Boots hast und die off-Cooldown sind, weil du gerade zwischen Camps hin und her läufst, dann packst du die in dein Backpack, fängst das Camp an und holst du dir aus deinem Backpack raus. Und sobald das Camp rum ist und du es wieder rausgeholt hast, hast du nur die 6 Sekunden-Cooldown, weil du das Item halt aus deinem Backpack rausgeholt hast, anstatt die 1 Milliarde Sekunden-Cooldown, wo du sonst hättest. She's still, maiden. Ich habe gerade am Anfang jetzt ein lösen Systemproblem. Ich glaube, du musst dein Ding benutzen. Achtung, Achtung. Du müsstest eigentlich tot sein, oder? Ja. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Verpiss dich. Kiech ihn. Alter. Was sag ich denn jetzt? Ah, danke schön. Der Idiot, äh. Der fucking retard, äh. Hatte kein Mana mehr. Ja, aber... Naja, das geht natürlich, okay. Äh, ich muss gerade mal ein ganz kleines bisschen wegbleiben. Ich zünd meine Mana-Pushen, oder? Oh, was? Oh, deine Top-Power ist unter attack. Er hat auch wieder genug Mana für eine Combo, wenn sie ein bisschen näher kommt. Ich kann auch gleich meine Boots fertig oder mit meine Boots fertig. Mana für eine Ece. Ich gehe kurz neu borden. So, mit dem Culling Blade von X kann man durch Dazzles Ult durchhauen, das ist ja immer geil. Ja. Alter, was machen die denn da oben? Ich merke es. Du bist mit 8 Leben weggekommen. Was, du? Mhm. Holy fuck. Pass auf, Invoker ist missing. Nicht, dass der dich weglasert. Du, Woker? Ja. Invokru! Alter, warum hab ich so nicht leben die ganze Zeit? Weil du nicht den Boots-Tricks benutzt, äh. Deswegen. Nö, ich den Trick. Hab ich noch nie verwendet auf Max. Ich hab auch noch nie die Boots auf Max-Boat. Hoffentlich nicht. Oh, fuck. Alter, der scheiß Spirit-Truck hat mir grad vorbei gechased. Äh. Alter, okay. Mache da mal eine Dict auf sich. Was? Natürlich. Ist ja auch eine lächerliche Scheiße. Kannst du mir einen Potion mitbringen? Äh. Zu spät. Hab schon den Port gestartet gehabt und kein Geld um noch eine und eine Potion zu kaufen. Ich versuch mal kurz da drüben zu warnen. Woh, woh! Keiner sieht mich. Keiner sieht mich. Und die Crystal Maiden. Da ist die gefeistete Maiden. Wollen wir sie holen? Warte. Oh, Achtung. Dann. Alter, auch natürlich. Natürlich. Alter, natürlich. Bäscht er mich, ey. Ja. Ah, Spirit-Break ist auch ein richtiger Huren-Zone-Hero. Ist verreckt aber. Ja. Ja, ganz der Dager. Also jetzt habe ich schon mehr oder weniger hier die ganzen Winkel abgedeckt mit Wards, dass man sieht, wenn er kommt. Es kommt einfach irgendwo von da, ey. Ja. Ja, das war gerade das. Ich hoffe, dass die guten Ratter kam. Ja, das war gerade das. Ich hoffe, dass die guten Ratter kam. Warum hauen alle ab? Patrick, was sagt dein Blinkdagger? Was sagt dein Blinkdagger? Benutze ich das Battlehanger eigentlich auch zum Engagen oder nur zum Chasen? Nein, du springst rein, schmeißt deine Thornmail an und deinen Taunt und das ist eigentlich nur zum Chasen dann. Und dann guckst du halt, dass du jeden wegultest, wenn er halt low wird. Soll los, da stimmt einfach mal, schreibt GG, nice. So geiler. Sollt mir da runter. Achtung. Den woher können wir das, um den Blinkdruck zu holen? Wenn wir da dran kommen, an den. Genau, da kommen wir dran. Schön. Malediktion. Malediktion. Der Dick. Der Dick. Er hat den Dick. Ah, der Seel. Nein. Please not. Nein. Heidi Cash. Komma. Das ist auch lächerlich einfach. Fuck. Das ist ein Witz einfach, was da gerade passiert ist, ist ein Witz. Hoffentlich für Reksch du Dichser. Reksch. Und so. Ich denke, ich habe einen Nuttenhero. Nuttenhero? Alter, wer steht denn da? Der Dick. Du hast immer wieder deinen Blinkdagger instant, und dann musst du ganken. Ich habe noch meinen Blinkdagger. Ich bin doch auch gerade da runtergeblinkt gekommen, aber der hat mir zu viel Damage gemacht, instant. Obwohl ich getauntet hatte. Also ich hatte auch wenig Leben, weil ich da gerade die Dinger gemacht hatte. Oh, fuck mal life. Oh, fuck mal life. Alter. Oh, mein, Leute. Ja, der kann halt machen, was er will. Aber warum? Weil die Leute unfäh sind. Offensichtlich. Ach, mal wieder Charged. Nice. Ach, Usa ist hier. Nice. Verdammt. Alter, der Junge ohne ist der Spiritbreaker. Der geht mir so auf den Geist. Der geht mir so dermaßen auf den Geist. Ich bin 24 beschissene Motherfucking-7 Stunden am Tag gecharged. Ja, und jetzt alle... Wie schnell war denn der Scheiß über seiner Mitte, ey? Das komische Rumge-Chase ist aber auch irgendwie assig. Rumge-Rumge-Dingse, der... Das Rumge-Dingse. Achtung, der... Back by Back, Slotter, Charged. Charged. Also, wie war das so schnell da oben? Nice. Oh, fuck, ey. Ich hätte nicht hochgehen sollen, ich zuhört, ey. Oh, Mann, ey. Lächelig. Einfach nur lächerlich, dass gerade vorsichtig ist. Tag, schon mal wieder vorsichtshalber GG, ey. Ich fahr'n wieder weiter. Doch, Homosexuelle. Oh, ich bin charged. Alter, der scheiß Birdflake hat schon 7 Kills, what the fuck. Ja, nur vom Umdenken halt. Ja, die kommen alle Mitte. Jawoll, nice. Du hast doch noch kein Klimacave. Nö. Du bist ja nicht hinterher, alter. Du bist ja nicht hinterher, alter. 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 Oh, fuck. Oh, fuck. Das mag gleich GG sagen. Alter. Oh, fuck. Du bist ja nicht hoch. Ja. Das mag ich nicht hoch. Ich schreie auf. Oh, jetzt hat man einen schönen fettel Free Farm. Oh, die fucker. Alter, natürlich. Alter, what the fuck? Alter, ey, ich kann einfach nichts machen, ey. Da darfst du nicht alleine sein. Ich stand am Turm, aber ich wurde gecharged und dann kam der Sunstrike und dann war ich instant wanted there. Warum ist der so behindert? Warum ist der so behindert? Der freut sich den Ast ab, dass der... Was macht der denn? Ich werde nicht dahin. Dann fahr mich halt weiter, du fucko. Ja, okay, das krieg ich nicht hin. Alter, was, er kommt halt wieder genau in dem Moment, ist der Tower down, wo man einen Decker werfen kann. Ich krieg's kotzen. Das ist ja auch wieder, das spielt halt massiv Glück wieder mit bei den Wichsern. Da, du so. Alter, wie lange bin ich denn gestunnt? Alter, what the fuck, ey. Geil. Er hat 20 Jahre gestunnt, ey. Oh fuck, da sind echt alle... Kannst du taunten? Ich hab getauntet. Nein, Mann, du bist die ganze Zeit rumgebasht, ey. Der hat mich erst angecharged, dann geultet und direkt mit dem nächsten Auto-Attack war's wieder ein Bash. Ja. Ich konnte einfach komplett nixen machen, bis ich tot war, obwohl mich niemand angegriffen hat außer der Spiritbreaker, ey. Das ist halt Hurenzone-Hero. Das hast du schon gefliegt wie Sau. Ne, das ist ein Hurenzone-Hero einfach. Ja, das auch, ja. Wie Sau macht sich besser? Hier rein, komm! Wo kann ich dich um! Was machst du da? Ist du irgendwie fucking komisch? Ich krieg da kein Damage. Wegen seiner Ulti Naja, stimmt, ich zugesse immer, dass das Drecks gibt Was auch ein bisschen lächerlich ist, dass du einfach mit jeglichem Spell-Damage ihm keinen Schaden machst Für verdammt lange Wenn es nur ganz kurz wäre, wäre es ja okay, aber das hält ja irgendwie, keine Ahnung Selbst wenn es nur 5 Sekunden ist, ist es viel zu lang Ah, Mana Das ist ja auch lächerlich, ich habe ja einen Vanguard und er prügelt mich halt fast instant tot Einfach nur wegen seinem Passiv Das ist ein Volker, ich hätte mir das gechargespastet Oh, come on, the middle tower is under attack! Ah! Boah, fuck me, eh! In diesem Rennen alles mein komplettes Mana weggeburnt hat. Ja, ne, die engage ich jetzt nicht hier, kannst du hartzimmer. Oder doch, komm, kann man engage, was soll's, draufgeschissen. Alter, ich kann nur gucken, dass ich da irgendwie nicht sterbe. Ja, Alter, hättest du noch die Eier, ich hab doch rennen sollen. Ich hab's gewusst, eh, einfach wegrennen sollen. Ach, klar. Junge, das kann nicht sein, dass der mich gecharfst hat, das ist völlig ausgeschlossen. Wir haben hier Vision garantiert. Hier gibt's der D-Wort, Tobi. Junge, ich kauf schon Worts, soviel ich kann. Kauf mehr D-Wort-Worts. Ich kauf schon soviel Worts, wie ich kann. Das wird ein richtig heftiger Rank-Loss jetzt gleich. Ah, twister vaa... Ah, ho, ooo. OMMT ist unter Attack. Oh man, was? Geht hier raus, denn Radiant just fortifiedt ihre Strukturen. Alle in der fucking Mitte. Ich bin Huren-Söhne. Na, warum? Warum? Alter, ich hatte...schau mal, das. Der Ursa ist auch noch irgendwo bestanden. Der Ursa ist hier. Organisiert sich noch ein paar Kills, ey. Das ist so lächerlich, ehrlich. Das ist aber auch nur eine einzigen Tatsache geschuldet. Und zwar, dass der Spirit Breaker so viel rumgegankt hat und jedem geholfen hat Kills zu kriegen, ey. Oh ja, ein bisschen die worden. Hier ist schon mal keins. Hier ist auch keins. Ist das jemand chargert? Vermutlich nicht. Weil sie irgendwo Vision haben, obwohl ich gerade am D-Wall bin. Den, den Ding unten chargert. Alter, wie schnell die da sind. Das ist ja abartig. Oh fuck. Nein! Ah! Dann. Ja, warum kann Slyther nicht porten? Ja, weil er ein Porte mehr hat. Der Slyther hat zwei Items. Er hat zwei Items. Was war denn los, ey? Er stirbt da halt. Well done. Was, warum kriegst du Leute in deinem Team? Nein, nicht. Leute haben in diesem Spiel nichts zu suchen. Das sind 200 MMR-Spieler. Aber Maximum, ey. Wir haben eine Framepage. Wir argumentieren dich. Was? Ah, jetzt hat er gewartet hier oben. Wie warst du da oben dann, bitte? Du bist gerade getargt, Mario. Nee, ich werde getargt. Ah, nee, du bist getargt. Oh, ich kann nichts machen, ey. Was ist denn los, ey? Oh. Dewarding Action. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. Pff. Noll. Na hin, ey. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Achtung, da ist... Der USA kommt angechased. Achtung. Ich komme. Alter, damit's am Damage. Mario, komm hier runter. Komm zu mir. Was? Wieso lasst ihr mich alleine? Ja. Komm her. Natürlich müsste ich erst mal... Ich kann nicht mal reagieren, ey. Hit the shits. Da kommt noch der Broker. Natürlich hat er schon wieder seinen Ulti. Okay, gucken wir mal ganz kurz. Er hat 80% Damage Reduction für 4 Sekunden und hat 30 Sekunden. Cool, dann drauf, ey. Oh, Mann, ey. Das ist einfach ultra kacke. Allein eine verfickte Damage Reduction von 80%, ey. 80. Lutschen wir doch die Eier, ey. Irgendjemand wird sich wieder gechargt, da drauf. Das ist klar, da ist dumm, das knallt. Klar, seriously, you are not above 200 MMR. You are basically the reason we're going to lose this game. Oh, fuck my life. Alter, Tobi, was machst du? Ja, der scheiß Viper ist mit mir vorgegangen, ey. Alter, einfach hochlatscht. Der Viper stehen bleibt, ey. Oh, Mann, ey. Kommt jetzt mal jemand mit, bitte? Nee. Auf, auf, auf. Geh weg. Alter. Das war ein Freakkill und ihr habt nicht gemacht. Weil das übelst hart ist, naja. Tobi, sowieso glimmercapest du eigentlich nicht? Ich glimmercap die ganze Zeit. Habst du das einmal glimmercapen sehen? Nee, ich hab's schon 20 Mal benutzt, ey. Da darf der auch ne Wort sein. Halt ich für ne Lüge. Das halte ich für kein Gerücht, ey. Ich benutze es nur nicht immer auf mich. Scham, so der Bounce-Over-Jungle, ey. Ja, du musstest es auf dich benutzen, wenn du ultest. Ja, natürlich, dann benutzt du es ja auch. Kein Wunder, dass du nicht richtig ulten kannst und immer nur gleich wegfisst, und erst mal drei Sekunden. Da ist es ne Wort. Oh, da kommt sie. Ja, das ist halt das Problem. Oben haben sie, glaube ich, auch wieder gerade gewartet. Ist der dumm? Ich glaube, da gerade die wurde, oder ist jetzt einfach nur ne Wortin? Oh, das ist nur die worden. What the fuck? Oh, Mann, ja. Alter! Hier unten muss die Wirt werden, und dann muss oben der Ding-Tower gedingst werden. Der Scheiß Shadow Shaman ist da unten, ne? Der Scheiß, der Scheiß-Ursa ist da unten. Wo kommt der denn immer her? Mach hier den... Bottom Tower, bitte. Den Bottom Tower. Bottom Tower. Bottom Tower. Bottom Tower. Da ist halt den Ursa bei der Flüten. Bottom Tower. Bottom Tower. Nice. Nice. Schön, dass du da keinen Mut gemacht hast. Alter. Wir haben gerade die Ursa getötet. Weißegal, der Bottom Tower ist weg. Das ist eine Kacke. Und das kostet dir jetzt vielleicht aber das Spiel. Das kostet dir jetzt vielleicht das Spiel, das habe ich nicht mehr ein bisschen gelegt. Das heißt, der Dreck sagt, der kann uns nicht mehr tot hitten. Oh, look at me go. Wir halten die Ward noch, nicht mehr so lange. Oh fuck da oben, kriegt wieder irgendjemand. Help him! Ja ich wollte eigentlich Superblingen, aber schweil weggelaufen, deswegen bin ich nicht mehr hingekommen. Aber vielleicht kann ja keiner laufen, oder? Aber wenigstens macht Mario jetzt ordentlich Damage. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass er am Leben bleibt und dann ist alles gut. Bitte. Oh fuck. Sonst keiner mehr? Will noch jemand? Und... Öh. Ups. Sind sie nämlich in ihrer scheiß Gang-Dang-Rossen-Tack-Rush-Taktik verstört. Funks jetzt nicht mehr gut. Weil jetzt alle halb tot sind und halt leben und Rewind und Grills machen. Aufpassen, kommt gleich ein Tornado wahrscheinlich. Wir sollten noch zurück, wir haben keine Vision zurück. Wir haben auch keine Wards mehr. Dann tun wir hier alles bis auf einen Creep cleanen, immer das schwächste Creep cleanen, äh stehen lassen. Große Creep cleanen, das kleine Scheiß stehen lassen. Oder Bottom, oder irgendeine Lane. Ja, lassen wir den Bot rausfuschen, aber erstmal den schreien. Wir haben keinen Marder mehr. Irgendjemand? Jemand? Da wird Viper. Auch noch zwei Runden für Moonshots. So. Oh, 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 oh! Oh, f**k. Oh, f**k. Can't buyback here. Nööööööööööö. Aber die müssen da auf ihr Wort umsoßen hätten sie das nicht gewusst das lassen. Hm. cork weil wenn Eine Weib ist, dein Wald geht und stirbt Poisst du, kriegst Kotz'n ich brauch cash für etwas auf Зем Nummer Wenn ich nicht sterbe dafür, ist das schon größten 3 Centuries Drop, echt slick, drop Ja, ich will ja, aber ich kann nicht Ich kann es nicht, was ist das? Aber wir machen unseren Schrank kaputt oben gerade Und jetzt? Soll ich mich hinporten und suicide? Ja Let's go Nee, ich bin nicht da Nee, ich meinte D1 Wobei, da oben ist der Scheiß-Spirit-Breaker, da geh ich jetzt nicht hin Scharscht, da hat irgendjemand scharscht Oh fucker Alter, ich kann nichts machen, ich werde einfach totgestunt, ey Das kotzt mich so an, ehrlich Ach, das leidende, da gar nichts Ja, Mann Mach bei weg Ich kann wundern, dass du sonst kein Geld hast, ja Alter, er hat einfach schon wieder Ulti Das ist doch kacke, ey Der kann auch in seiner Scheiß-Ulti nicht richtig gestunt werden Und er hat eben in dem Fight zweimal seine Ulti-Guard Sagen wir mal, wie das balanced ist, ey 30 Sekunden 30 Sekunden Er hat doch 30 Sekunden cool, sagen wir dann nicht Ja, ich weiß, aber trotzdem Sagen wir mal, wie das balanced ist, bitte Egal Das ist doch kein 30 Sekunden gerade Oh Der Hohenzone Denk gegen den brauchst du den, ähm Geist Achtung Der war nach links von dir Da ist aber hier irgendwo dann wartet, also praktisch Dann schwere ich jetzt nicht hier Ähm Ich hau jetzt überall Scheiß-Invest-Words raus Keine Sorge Ich glaub neun Stück, also wenn das nicht reicht Hier hat grad jemand rumgeblinkt überall übrigens Und die Region-Rune gepickt Geist Wahrscheinlich Charged Was ich persönlich auch ein bisschen lächerlich finde ist, dass der ähm Spirit Breaker während dem Chargen Ähm Shadow Blade verwenden können, ohne dass sein Charge abbricht Ja Ist doch nice, ey So, da setzen wir auf jeden Fall hier noch eins hin Woher ist es? Ja, ich bin grad dabei Charged Perfekt, nice Bleib mal oben, nein Weißt du, wie wir sind Er hat aber eh nicht mit Nee, er ist charged Mitte ist charged Nee? Nee, top Kann mal irgendjemand uns einen Kurier bitte zurückschicken? Dankeschön Wer noch was hat denn schon? Noll Er kann einfach zumindest den Chargen oder was? Oder Double Damage auf der Lane Ja, er kann zumindest den Chargen Das ist mega geil Pets, Pets, easy going Wo ist denn das gebalanced, bitte? Wie gesagt, es ist viel krasser, dass er E-Tips benutzen kann, während er chargt Und die anderen haben statt auch leidestens So ein Hurensohnchamp, ehrlich Oh fuck Geht auf das Spiritbreaker Achtung, der Unser kommt garantiert gleich wieder, pass auf Na, darf der Unser wieder F*** Mario, beeil dich Nööööööööö, bei der Invisit kann er nix machen, bitch Aua Jetzt werd ich mich verpissen Oder fighten Stun hab ich noch ehrgekriegt, ey Alter Nein, das gibt's nicht! Nein! Der hat sich hoch geblinkt, der Hohenzoll. Ja, feste! Feste! Diese Stun-Kacke! Jetzt kommt der und f*** der Spide! Nein! Der hat sich da rumblinkt, der Hohenzoll. Ja! Nein! Ja! 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 Das ist schon wieder Drecks-Ulti, hast du gesehen? Der hat GG in der AFK! Everyone mid now, please, fast! Quickly, go mid! Ich hätte das Bot raus gepusht, aber gut. Also ich Bot rauspuschen, also ich mitkomme, sag mir was du möchtest. Alles mid! Everyone mid, please, go go, quickly! Ohne Minions! Ohne Minions! Komm hinterher, wir würden lane pushen! Es kommt niemand! Mein Freund! Ich komm doch schon! Von den anderen Faggots! Dann push Bot im wenigsten! Ich push mit raus! Au! Genau! Komm, wir können noch ein bisschen weiter! Oh f***! Ich push noch die Mitte! Ja, wir brauchen noch jemanden, der hochgeht! Wenn keiner hochgeht, dann kommen wir wieder zurück! Ja! Ja, das ist eigentlich dein Job, Patrick! Du darfst nur hochgehen! Highground! Highground! Dahin! Ganz genau! Soll ich? Wollt ihr das? Ja jetzt nicht, meinst du den? Ja, wobei doch, kann ich noch, ja! Nice! Au! 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 Die sind immer das, nur eine Bitche! Alter, die muss ein Ding haben! Ah, jetzt trink ich auch in Schiff Power! Verarscht! Fresst meinen hier! Oh f***! Oh f***! Oh, f***! Das ist GG! Oh f***! F***! Ich bin 100 Sekunden tot, kann nicht beibechen! Alter, scheiß, unser Pammer stand nicht an! Das nervt so hart, ey! Hört einfach ab, probier, ob der Hyper wird aufbauen, ne! Das ist gegeben! Macht denn der da? Ach, Backporten! Oh f***! Oh man, seid ihr so ein Idiot, ey! Oh man, ey! Oh man, ey! Oh man, ey! 8 Sekunden Zeit zu tun, als sie wollen! Mal erst mal Totenweide! Ja, die müssen erst mal rauspushen jetzt! Nein! Ja, die können die Tower so holen! Aber dass ihre eigene Tower nicht da angehen! Ist ihnen anscheinend Gott sei Dank wichtiger! Außer Invoker und Ding! Komm schon! Ich leg gleich wieder! Wenn der Untertag verkackt hat, der passt da dann! Boi, mach was! Ach, die sind zu dritt da! Ich bin schon bewusst, ja! Ja! Was ist das für ein Ranch?! Das kann gar nicht sein, der kann ich da gar nicht sehen! Was?! Die komische lila Bombe vom Invoker, mein Freund! Boah, das nervt immer übelst! Oh ja! Wie gesagt, eigentlich hättet ihr euch gar nicht sehen dürfen, meiner Meinung nach! Woker ist so ein Wurensohn-Champion! Ich hasse den! Der nervt einfach so! Das Skripte bestimmt auch ein bisschen! Ja, Slada muss hier das Suicide! Das stellt jedem Invoker primär, dass ein Skript da ist! Das geht mal wieder noch nicht so weit vor, ich bin nicht dabei! Jo! Will ich kurz einkaufen! Boah, mein Ding, mein äh... Butterfly! Was? Boah, wer hat denn den Ding halt gepullt, ey? Hey, was tust du da, Schwitter? Kannst du bitte nicht mit meinen W-S-Clan, du Hurensohn? Was? Du weißt schon, dass es wieder ein Root-Deal ist in der nächsten Runde für dich, ne? Ja, du weißt schon, dass ich mal ein Skript schreiben kann, wo alle 0,2 Sekunden oder 0,1 Sekunden drauf drückt! Das ist einfach nur Skill, mein Freund, ich brauch sowas nicht! Ja, das ist schon schön für dich, aber ich bin ganz faul dafür und schreib mal ein Skript, als er drauf ankommt! Was? Was? Die Warden, die Warden, la 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 la! Ich denke, ich bin charg'd! Ich bin da! Ne, die machen... Ne, die können Roosh nicht machen, der ist down! Roosh is down, they can't do it! Roosh is down, they can't do it! They can't! Äh, Jungs, wie sieht's aus? Ich platz hier grad überall Stand Rewards, ey! Oh, die sind top! Können wir die engagen? Oh, fuck! Ja, hier ist ne Ward! Mach den Schrein! Benutz bitte den Schrein! Irgendjemand! Benutz den Schrein! Ja, ich bin g'schiebt, weil sie alle Indus waren, bin tot! Alter! Ja, jetzt kommt! Ich bin das auch tot, Tobi! Nein! Alter, was sind so Huren-Söhne, ey! Solche Huren-Söhne! Ja, ganz ehrlich, guck dir die Map an, ey! Hier stehen mindestens sieben oder acht Sentries und normale Warden und scheiße! Ja, aber das Problem ist, die Warden stehen halt da, wo wir nie fighten, ja! Da, wo wir fighten, da stehen immer nie Wards! Das war ja grad schon wieder so, die sind auf mich! Wenn wir da waren, so irgendwie, so, da haben sie sich auf mich drauf geblinkt oder was weiß ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob wir in dem Fall standen, dass sie plötzlich allein mehr dran haben, mich ungenügt. Kann jemand hören? Es ist ein Kiegel-Spree hier! Ich bin der Warden! Mann, dieser Mann ist dominiert! Oh, was ihr- 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 Ihr t編be aufhörter Er zurсте! Ja... Oh man, dein mittlerer Tauern wurde verletzt. Reporten hier. Nein! Oh fuck. Oh fuck. Hier oben, Döde! Habe ich die Welt gestreicht? Verkackt. Wie lange bin ich längst laut? Ja, halt haben wir es dann. Oh Mann, das war ein furchtbares, furchtbares Game. Das Lada hat 016, das ist noch schlechter als ich. Ja, das ist schon die Frage, wie kriegst du hier Leute ins Team? 016, wie hat er das geschafft, bitte? Tja. Den, was so gut war, ey. Ja, aber kriegst du schon so Leute ins Team? Wieder so ein Hurensohn-Game hier. Ach, solche Huren.